Kinder, holt das Popcorn raus und ich erzähle euch die Geschichte über den Space-Wikinger Thor Odinson. Er war nicht irgendein Kerl. Er war ein Gott. Nach der 500. Erdenrettung begab sich Thor auf eine neue Reise. Er brachte sich in Form. Vom Speckpack zum Sixpack. Und nach all dem erhielt er seinen Titel zurück. Als der einzig wahre Thor. Uh, zu früh gefreut. Jane? Meine Ex-Freundin. Wie lange ist das? Drei, vier Jahre? Acht Jahre, sieben Monate und sechs Tage, so ungefähr. Spür ich da etwa Gefühle? Ja, klar. Götter interessieren sich einzig und allein. Für sich selbst. Das ist mein Gelübde. Alle Götter werden sterben. Ich wollte sagen, dass da eben war sehr, sehr beeindruckend. Das ist mein erster Böselicht. Ah, den ersten vergisst man nie. Du bist nicht wie die anderen Götter, die ich getötet habe. Du hast was, wofür sich der Kampf lohnt. Mal sehen, wer du bist, was unter der Verkleidung steckt. Und schnipp... Oh, du hast zu stark geschnipst, verdammt! Sollen wir ihm helfen? Irgendwann schon, ja. Beintraube.